Ein weiteres Lego-Technik-Supercar wurde vorgestellt, diesmal der Ferrari 488 GTE. Alle Bilder, alle Infos dazu, jetzt! Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Rick-Story. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, nachdem gestern die Star-Wars-Sets in der Nacht vorgestellt wurden. Falls ihr das Video noch nicht kennt, hier oben in der Ecke ist nochmal verlinkt. Es ist jetzt auch ein weiteres Technik-Set vorgestellt worden, das teuerste der neuen Technik-Reihe, der Ferrari 488 GTE. Eine UVP von 179,99 Euro. Insgesamt sind hier 1677 Einzelteile mit dabei. Und es erscheint am 1. Januar 2021 nicht exklusiv bei Lego, sondern auch bei den normalen Händlern. Das heißt, demnächst sollte es da auch eine Vorbestellungsaktion geben, sage ich euch auch nochmal Bescheid. Und es hat auch eine Altersempfehlung von 18 Plus entgegen jetzt dem neuen Senna, den wir ja auch gerade erst vorgestellt bekommen haben. Diese Größe von Auto könnte man jetzt eher so mit dem Lego-Technik-Porsche vergleichen, den wir in weiß-schwarz schon mal gehabt haben. Der lag ja auch ungefähr bei 150 Euro, nicht jetzt mit dem Lamborghini und so weiter. So wie ich das jetzt hier sehe, wird das Auto wahrscheinlich auch keine Schaltungen innen drin haben. Wir haben leider keine detaillierten Bilder vom Innenraum, deshalb kann ich es noch nicht 100% genau bestätigen. Aber wir haben hier ein paar nette Bilder mit dem Auto zusammen. Und ich muss sagen, das Aussehen gefällt mir gut. Ich finde auch, also vor allen Dingen hier die Rückleuchten. Also die Rückleuchten sind der Hammer, aber gut, die sind auch beim Ferrari nicht so schwer umzusetzen. Was allerdings dann auffällt und was mir auch echt ein Dorn im Auge ist, sind diese ganzen Sticker, die hier mit dabei sind. Also da ist wirklich die Frage gewesen, wie viele Sticker wollt ihr gerne haben? Ja. Also anders kann man das hier nicht beantworten. Vor allem schlimm finde ich vorne diese Leuchten hier, also die Scheinwerfer vorne. Wieso sind das, also das kann sogar sein, dass das vielleicht hier sogar Prints sind. Würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das Aufkleber sind. Vielleicht sind das auch Prints hier auf diesem Teil. Ach, warum? Warum? Also ich hätte lieber Brick-Build-Scheinwerfer gehabt, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, wenn die Brick-Build-Scheinwerfer dann wieder einen blauen Pin drin haben, weiß ich auch nicht. Aber ansonsten, die Kanten und wie das Auto aussieht, das finde ich dann doch schon wieder cool. Gerade wenn man so von der Seite guckt. Hier hat man natürlich auch mehr Steine jetzt dabei als beim Senna, dass man da halt diese Kurven noch besser darstellen kann, als jetzt mit etwas wenigeren Steinen im kleineren Maßstab. Aber die Aufkleber sind einfach überall. Also das kann man nicht anders sagen. Mich würde mal interessieren, ob diese ganzen Sponsoren, UPS und so weiter, die jetzt hier drauf gedruckt sind, ob die dann auch offiziell von Lego lizenziert sind oder ob das reicht, wenn da irgendwie Ferrari drunter steckt, kenne ich mich nicht mit aus. Ferrari dürfte, denke ich mal, nochmal ansprechender sein für viele als jetzt ein Senna. Mich stört so ein bisschen dieses komplette Rennoutfit. Also ich mag es nicht so gerne, wenn da jetzt 100 Aufkleber von irgendwelchen Marken oder Sponsoren dann drauf kleben. Ich hätte gerne ein Sticker-Set gehabt, wo man halt dann nur die Sachen hat, die zum Auto wirklich selber passen und dann einmal diese Rennbedruckung quasi, wo dann halt die ganzen Sponsoren mit drauf sind. Aber gut, vielleicht ist es auch nur mein persönlicher Geschmack. Ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Fahrzeug. Ich meine, es ist 200 Euro billiger als der Lamborghini. Und das, was für mich so vom Gefühl her wirklich fehlt, wird wohl die Gangschaltung hier drin sein. Die brauche ich ehrlich gesagt aber auch nicht. Klar, das ist lustig zum Aufbauen, aber benutzen kann man es ja eigentlich nicht wirklich. Aber, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dahin und ciao, ciao.